Tag zwei ist angebrochen beim Deutschen Logistikkongress 2021 und wir freuen uns wieder auf viele spannende Inspirationen. Gestern haben wir einen ganz tollen Galaabend erlebt mit glücklichen Gesichtern bei den Preisträgern und ich denke heute geht es bestimmt genauso gut weiter. Wie immer wechseln wir zwischen Schweizer Hofen und Interconti hin und her und in diesem Jahr haben uns die Bremer gleich mal ein bisschen Wind mitgebracht aus dem hohen Norden. Danke! Ich glaube über Berlin selbst braucht man nicht reden, das ist ein Benchmark für sich. Also erstmal natürlich noch die Vorträge anschauen, dann noch den ein oder anderen Termin am Stand und einfach mal reinschauen und sich inspirieren lassen. Hier merkt man, dass es wirklich zukunftsgerichtet ist und die Logistik eine Relevanz bedeutet und man merkt, es ist wieder ein Aufschwung da. Was anderes außer Berlin für den BVL? Mich würde nichts einfällen, ja.